hallo zusammen das immer wieder in der wend mit elga hat ihren letzten job ziemlich gut erledigt und jetzt geht es noch mal leider in diese cloake in den tiefen und wir haben hier einen heftigen widerstand der sender und nix okay das müssen wir machen die widerstände müssen wir brechen ich bin aufstieg oder habe ich das jetzt schon verteilt das zeigt ich habe schon verteilt aber nicht alle ich warte noch einen moment und muss immer richtig die 116 meter des bis zum fahrstuhl aufmacher heraus ja das ist jetzt also nicht da bin ich ja alles hier war kampf erinner da steht ja noch kira kira ist irgendwas habe ich was übersehen dass der der roge tun hat mit seinem vogel dann aber nicht irgendwie was ist mit beschnitten hause nicht dass du noch was rumliegt was eine umstände gebraucht werden könnte zum beispiel dieses daten haben wir nicht gelesen ja wir sind fast fertig auf dem plan stehen ja noch wenigen moment hier passiert was der könig gerade reingeplatzt und stellt wilde forderung die spinnen die menschen wir haben so lange damit gewartet ihren vertrag zu können und jetzt ist sie moment mal sie okay die sicherheitsmaßnahmen sind hier gewaltig jetzt geht direkt in den dinoxus daher klar das habe ich ja dann brauchen wir nicht mehr ganz also rumlaufen das ist gut das ist es fühlt sich gut an menschen 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 Ok jetzt macht das auch wenn ich den Zinn tue, die Tore die da verschlossen waren. Oh 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 bin ich hier wie verschrocken. Halt doch mal den Maul du Eierkopf! Ich kann das nicht lesen wenn die voll die... Das ist ein Wack-up-Land. Das ist ein Wack-up-Land. Das ist ein Wack-up-Land. Das ist wie die Ascent-Gruppe späuchte ein Kind vor dem Erdbewerb, ein Kind, der würde alles übernehmen. Aber das Kind ist wie ein Ballin-Newborn. Das weiß ich nicht von Genola. Das ist deshalb haben sie sich die Daten und so erstellt. Kannst du mal die ganze Ressourcen die müssen sie einfach haben, haben eine spare AGI, die aufhören, wartet, um zu beaktiviert. Mindbending! Was wir hier tun ist, ist, um eine Zettgruppe zu schützen. Also, dass einige von anderen Anwohnern irgendwo ein paar Läden sein können, und du und ich? Also, warum Corporal Sporn? Ha! Ihr Imp's getting cocky! Jetzt machen wir das. Ich habe es auf Sub-Level Grids und habe ein paar sehr interessantes Anomalien in einem Spot, neben Waste Management Disposal Plant 21G. Sie sollten gleich unter Ihren Haaren sein. Die Blueprints zeigen gar nicht obviösen Einflusspunkte zu dieser Umgebung, aber es sieht aus, wie es durch einen Maintainstunnel nahe dem WMD-Plan selbst und die Koordinaten zu Ihren Imp. Aha! Äh, klar! Ich glaube, dass sie falsches Spiel spielen, ja. Und Nocket hat es aufgedeckt. Ach, du Scheiße! Er konnte schon nicht... Gibt's das? Warte, wo ist mein Schild? Warte, wo ist mein Schild? Was habe ich denn das? Ja... Ach, komm! Komm! Wo muss ich nie über... Ach, komm! Was, die unteren Wartungsetagen erreichen? Ich habe dort das alles aufgemacht! Könnt ihr das nicht wissen? Hä, die Wartungsroboter, die sind da unmöglich! Die flitzen durch die Gänge, sehen, da ist Offen! Und schließen alles wieder... Na... Ojo... Klar... Die brauche ich jetzt! Bleib mal jetzt bei der... Was habe ich eigentlich noch ausgerüstet? Nicht gut! Nicht gut, oder? Ne, ich glaube nicht! Macht zwar auch schnell nicht schade, aber... Ich wechsle mal lieber auf die... Ähm... Komm! Ja, Maschinen! Ja, jetzt ja! Die haben alles wieder... Oh, ich fahr... Och, kehr doch auf her! Wow! Seltener... Ja, ich hab ihn schon gesehen! Seltener ging er! Gell? Warte! Ne, du bestätigst... Ah, Serious Gang Gear! Seltener ging er! Wo ging er denn hin? Weiß ich noch! Okay, Freunde, was auf? Noch ein verschlossener... Gate! Wie geht's? Bill! Cool! 303... Das ist ja irgendwie fantastisch wieder, ne? Ist ja auch wieder Schneid, ne? Ah, ich bin schon draußen! Prima! Prima, prima, prima! Also dann... Wieso krieg ich dann hier das angezeigt? Normalerweise geht's doch immer bloß bis zum nächsten Ausgang... Die Wegmarkierung... Und hier... Boom! Oh, ganz schön Stückchen gleich... Knapp 400 Meter zurückgelegt... Mit... Mit dem Aufzug... Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt? Wieso krieg ich jetzt hier... Eben! Oh, vielleicht hab ich ja nicht... Ich muss also hier bleiben, ne? Nicht richtig fest genug draufgedrückt... Auf den, äh... Auf den Knopf... Oh, Maulhalter... Wow! Wow! Schon wieder ne Stufe hoch? Oh, sorry! Das war der Falle! Irgendwie hab ich gedacht, da hatte Waffen da... Da wär bewaffnet... Bei war es nur ein Kugelschreiber... Ja, dann schraub jetzt her... Ja, dann schraub jetzt her... Schon Tage lang... Schon Tage lang... Ja, ja... Da bleibt kein Auge drungen... Ja, ja... Da bleibt kein Auge drungen... Den Fühle... Guck dir mal das an... Das ist aber... Immer die gleiche, oder? Sauer! Sauber die Haare geschnitten... Die Gisse lassen wir jetzt da unten... Wo sie liegt... Die bleibt, wo sie ist... Achtung, jetzt kommen sie... Die Haare... Aber die Papas müssen jetzt da kommen... Ja... Nix dabei, wo man braucht... Wenn's hat auf hat kommt... Wieder... Und dann... Hä? Und dann kriegen wir nix... Ach so, ich müsste... Die Teig verteile... Die Points... Ah... Und das ist auch schön... aber noch ein paar mehr waffens kinder die waffe ok da wird es nicht anders der heute darum gebettelt praktisch was ist rum und waffen scherz gehen ein shortcut noch war auch guter leid ich wieder schneiden kann das stufe 24 war das eben habe ich das mitgekriegt richtig wo 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 ich habe gar nicht gewiss das stufe 24 hunde das war 29 oder was war das da habe ich doch spune jetzt da und es sei alles nicht ich habe gedacht da waren wir gar nicht schockwellen granate war vielleicht gesperrt vorher wenn möglich was macht was liegt mir nix glänzt nur das ist noch gar nicht unser zielgebiet haben wir haben noch 500 meter schon nach oben jetzt kriegen wir überall zugang da so und schon ist die musikbox aus weil dort geht es denn so jeder könnte ja was versteckt sei oder da könnte auch was sein ein aufzug mit aus dem aufzug den man aber leider nicht unter und da runter war einfach ein schaltfehler weg weg an weg und was ist denn datenpatt wartungsprotokoll alles ist wie üblich funktionstürstechung kaputt zugleich das haben wir schon gehört das brauche ich nicht dann noch was ihnen anders drin haben wir schon da waren wir doch dann schon vielleicht bloß von einer anderen zeit rei komme kann auch wenn möglich krasser oder dieser käfer reparatur käfer gewaltig ich war eigentlich schon richtig nicht dass ich da irgendwo durch die gegend tabeln und weiß gar nicht dass es war doch das war doch das sind wir doch ein stück was machen wir jetzt hier zurück zu den wurzeln oder so kartensegmente hätte man vielleicht auch leider hergehen müssen die gewaltige kugel waschmaschine aber wir haben es gleich geschafft wieviel zeit habe ich in 18 minuten habe ich gebraucht ich kann spinnen ich glaube hätte auf jetzt kommt das ruft gar nicht her wenn ich schon dort bin und mich kommen kurz was ist denn das ist die kantine die speiseraum überlegen der komponenten misst mir jetzt eigentlich zwei habe ja überlegen die kiste was gibt es fortschritt auch gut haben sie mit ic3 versperrt und die dreier lassen sie da hause rumliegen maulhalle weg nix so gar nichts gibt nichts ich bin die die mauer leer genug datebett es kam die anweisung das gelände zu räumen kommen wohl wieder ein paar ponzen durch weiß nicht was sie wollen aber ein mulmiges gefühl aber der dog will nicht gehen können die ausrüstung nicht alleine lassen sagt er sein pech ich bin raus hier gut doch ist noch der bücher achte ist ja ja ich habe dann ob denn noch was wird und style aus kriegt das haben wir einen kriegsteil waffen skin kanalie vogel und sandy normal oder biologie da mache ich nix und was haben wir alles schon gut mal richtig schaffen ich müsste mich da war um google normalerweise mache ich auf screen oder so ich muss erst gut auch dort was sind überall leer das ist so schön ehrlich also gestaltung ist kriegen kriegen sie einfach mal 1 plus 1 plus ständchen das war ein hinweis wenn ich nur wies für was wieder 738 metern heißt das und dann ist guter oder so was und das ist 420 tatsächlich so die ist leer so die ist leer stufe 420 aber es trotzdem war sie ja wir haben alle gleich gewartet und der list kriegst wieder das alles noch nicht sehr spät auch stand und kreuen spieler jammer wiederum und die bau und kreuen und kreuen um Interessant dann. Hä, was ist denn der Typ? Ach, ich hab meinen weggeschmissen wieder. Ich bin auch so blöd. Ich stricke jedes Mal da drauf. Ich bin auch so blöd. Hm. Guck mir. Oh, das weh jetzt, wohnt es. Macht keinen Spaß mehr, der Typ da. Will der hier jetzt? Samoch habe ich erlebt, das gibt es doch nicht. Ach so. Da wehst du weg. Da wehst du weg besser wie du, Elgar. Gibt es das? Hohoho. Geht's ab, oder? Hohohoho. Oh, ich hab den Mick wieder gestillt. Jetzt wär's eng. Freunde, jetzt muss ich... Wir fahren hier. 25, ja komm hier. Wow. Wir machen ein bisschen vorher weg. Hopp, schnell, Helga. So, Helga. Jetzt geben wir erstmal ein bisschen Ei sammeln aus, gell. Lass mal ein bisschen leben. Jetzt kriegen wir nichts mehr, oder? Nur, dass das Kleck... Das Kleck fräst du, oder? Das... Ja, das ist gewollt vom Spiel. Ja, ich weiß, aber trotzdem. Können sie ein bisschen ausgewogen gestalten. Ein bisschen wieder zurücklatschen, ne? Populatsche. Die Scheiße, ja. Das Massaker wird in die Geschichte von Willis eingehen. Lade nach, Helga. Lass dich nicht aufhalten. Das ist ein bisschen leber, oder? Blimps. Klasse. Das muss ich klasse gemacht. Das ist sauer Ausstieg aus dem Ding. Full. Aha. Okay. Werden wir das... Werden wir den Weg finden? Werden wir es schaffen? Wow. Halt. Linker. Du. Ach, das ist noch nicht fertig. Du hast noch mal ein bisschen weg. Du hast noch keine Abänderungen. Alles gut. Du hast noch einmal Zeit. Du hast noch eine Abänderung. Du hast noch nicht zuvor. Du hast noch eine Abänderung. Du hast noch etwas nicht zuvor. Du hast noch nicht dann zuvor. Oh oh Dammelt das auch, ja? Du bist kein Meter vorbein Was liegt denn da? Egal, pass mal auf Wer ist denn das? Wir schmeißen hier mit diesen Granaten durch die Gegend Wer ist denn das? Ich kann nicht ruhig, oder? Ach, da sind die Dinger da Wow, wow, wow Das ist das, oder? Der tropft so in der Mitte Wow Beide, dumme Ach du Scheiße Wie viel sind denn das? Ach du Scheiße Muss noch irgendwo einer rumhängen? Kann der ungemütlich gewesen sein? Wie haben die jetzt diese Maschinen, diese Feuerwaffen herunter geschafft? Heimlich In der Nacht Brauche ich alles jetzt? Ich werde ihn mal weiter Ich werde ihn mal weiter zurück gedrängt Ich werde ihn mal weiter zurück gedrängt Geht's denn da rein? Aha Wow Okay Freunde Weiter geht's Wir sind immer noch da unten Tiefmief Das Beste habt ihr verpasst Das habe ich nicht aufgenommen Hier Hier tummelt sich ja alles mögliche Alles Stufe 27 28 Aber ich habe nochmal Punkte Ich gebe sie nicht her Hopp Die paar Meter schaffen wir da noch Hopp Wow Wow Fuck Wo kommen die jetzt alle her? Die explodieren Also Die kommen aus jedem Loch Ach Gott ich habe kaum noch Ach Ich kenne Ne Jetzt muss ich schon wieder Gibt's das? Diese kleinen Mistfischer Die haben wir alles genommen Weiß ich Okay ist noch nicht so weit Aber die anderen sind jetzt wieder Du Hude Hat doch doch nichts verpasst Ja Aber ich habe mein Meg nicht mehr Ach Gott Scheisse Dreck Ach Und wieder 400 Meter Ich schlafe doch jetzt durch Oder was heisst laufen Sprinten durch Und bloß wissen wo ich Oh So weit zurück Nein Help me Ah Wenn du halt stirbst du sofort Das ist bei der anderen nicht Die sind dann wieder da Das ist scheisse Wo ist unser Treppengeländer Wo wir hochklettern können Da Jetzt bin ich so weit gekommen Und jetzt muss ich da Jetzt ist klar Oh was ist denn unten Ach du scheisse Oh Gott sei Dank Wie das mal abgebildet Helga Hast du schon mal die Kissen gesehen Ach komm Da Hopp aufmachen Ja Zing Zack zack Fortschrittliche Eine Glaub ich denn jetzt Fortschrittliche Ich bin ja Ich kenne das Ich kenne das Ja Und ich spreng es sich in die Luft wenn sie auf dich zugerennt kommen Halt da liegt da noch Nehmen mit Nö Äh Autorisiert Autorisiert Ach du scheisse Beine Ach du scheisse Beine Egal Und es liegt da läppig einfach Fickte Drecks Zehn Punkte Wuuuuh Ich bin so ein dass es wieder hier Finish 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 Nicht gut Komm mal auf Sind wir da Sind wir da Sind wir da Sind wir da Nein Ich sehe von lauter Flakern nichts mehr Einen Schuss von einem Gegner Wir sind weg vom Fenster Und ich siehst du nicht einmal Guck mal ob da ein Automat ist irgendwo Ach du steht Ach du steht Er hat uns noch nicht bemerkt Ja warte mal Seh ich jetzt auch nicht Das ist übel Das ist übel Da muss ich ja wieder aufhören Ach das ist Das ist gar nicht der lecker Typ Oho 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 Das sieht heftig aus Was da kommt Kenne mir auch oder Achtung Pass auf Pass auf Neue mit und Also die Zeit läuft Helga Oh der ist aber groß Oh Gang Diesel Der hat uns wirklich Vorladen Freunde Ich schneide es irgendwie zusammen Ich mache jetzt eigentlich mal ein Kurt Muss ich machen Es geht nicht anders Ich muss mich da erst durch waschen Ich muss nur aufräumen Macht's gut Bis denn No